Hey jo, tatütata, der Daniel ist der Schwieter schon wieder da, Yamine, Dütje, Holeko und ich. Wir sind hier gerade ein bisschen hier die Randeinfassung zu machen, aus dem Jura-Kalkstein. So, und ja, da vorne müssen wir gleich abziehen, Alter. Und dann die Verbundsteine wieder legen und so, zieht euch das mal rein. Ja, auf jeden Fall sag ich mal eins, Daniel rockt den Gartenbau und die Schweiz sowieso. Tschüssi.